Jetzt wird's noch einmal richtig spannend und der Start ist der Volk, wie er kommt da am besten weg. Und Helmfarbe Blau, Martin Smolinski, der ist hier in Führung gegangen. Martin Smolinski an der Spitze mit der Helmfarbe Rot, Josef Franz an der dritten Position, was ich hier sehen kann, weiß Jörg Teppe auf Position 2. Martin Smolinski in Führung, nein, das ist die drei Ferner, der freie, 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 der freie und der vierte. Und dann hier Teppe, Markus Eibel auf Position 6. Epi Franz Dritter und ganz vorne Martin Smolinski. Und so geht's dann auch in die letzte Runde Smolinski vor, Dina und Franz. Und die letzte Ecke in unserer Punktewertung und da kommt der Sieger in der Punktetabelle mit einem Wille über das Zielgefahren. Und dann die Fiona Sigmatic Rundgirchen.